Ein Hund kann schwimmen. Ein Hund kann nicht Auto fahren. Eine Katze kann rennen. Eine Katze kann nicht lesen. Das Pferd kann laufen. Er kann schwimmen. Der Fisch kann nicht laufen. Das Baby kann nicht schwimmen. Dieses Tier kann schwimmen. Dieses Tier kann schwimmen. Dieser Mann kann laufen. Dieser Mann kann laufen. Dieser Mann kann nicht laufen. Er kann 60 Kilometer an einem Tag fahren. Er kann keine 60 Kilometer an einem Tag laufen. Sie kann dieses Buch in 10 Minuten lesen. Sie kann dieses Buch nicht in 10 Minuten lesen. Kann ich mit dem Bus zum Museum fahren? Ja, das können Sie. Die Bushaltestelle ist vor dem Museum. Kann ich zum Restaurant laufen? Kann ich zum Restaurant laufen? Nein, das können Sie nicht. Es sind 10 Kilometer bis zum Restaurant. Kann ich mit diesem Zug nach Paris fahren? Kann ich mit diesem Zug nach Paris fahren? Ja, das können Sie. Er fährt um 18 Uhr 45 ab. Der Mann und die Frau rennen im Wald. Der Mann und die Frau rennen im Wald. Die Jungen schwimmen im See. Die Jungen schwimmen im See. Der Mann läuft in den Bergen. Der Mann läuft in den Bergen. Das Mädchen schläft am Strand. Das Mädchen schläft am Strand. Sie laufen am Strand. Sie laufen im Wald. Sie fahren in die Berge. Sie fahren in die Berge. Sie gehen zum See. Sie gehen zum See. In der Stadt schneit es. In der Stadt schneit es. Am See regnet es. In den Bergen schneit es. Im Wald regnet es. Am Strand ist es heute sonnig. Am See ist es heute wolkig. Am See ist es heute wolkig. In den Bergen ist es heute sonnig. Im Park ist es heute wolkig. Im Park ist es heute wolkig. Warum ist dein Koffer nass? Mein Koffer ist nass, weil es regnet. Warum trägst du eine Sonnenbrille? Warum trägst du eine Sonnenbrille? Ich trage eine Sonnenbrille, weil es sonnig ist. Ist Flug 55 pünktlich? Nein, er hat Verspätung. Warum hat er Verspätung? Er hat Verspätung, weil es schneit. Schneit es? Ja, es schneit. Ist es sonnig? Ja, es ist sonnig. Heute wird es regnen. Heute wird es regnen. Es regnet. Heute wird es schneien. Es schneit. In den Bergen ist es heute kalt. Am Strand ist es heute kalt. Am Strand ist es heute kalt. In der Stadt ist es heute heiß. Im Wald ist es heute heiß. In Russland ist es heute kalt. In New York ist es heute kalt. In New York ist es heute kalt. In Egypti kommt das kalt. In Ägypten ist es heute kalt. In Ägypten ist es im Sommer heiß. In Rom ist es im Sommer heiß. Guten Morgen! Heute wird es heiß werden. Am Dienstag wird es kalt werden. Am Mittwoch wird es wolkig werden. Am Donnerstag wird es sonnig werden. Am Donnerstag wird es sonnig werden. Können wir draußen zu Abend essen? Nein, wir können nicht draußen zu Abend essen. Warum nicht? Weil es regnen wird. Heute schwimme ich. Morgen werde ich lernen. Heute schwimme ich. Morgen werde ich lernen. Morgen werde ich lernen. Am Mittwoch werde ich Fußball spielen. Am Donnerstag werde ich Fernsehen. Am Donnerstag werde ich Fernsehen. Was machst du? Ich kaufe eine Eintrittskarte. Warum kaufst du eine Eintrittskarte? Warum kaufst du eine Eintrittskarte? Ich kaufe eine Eintrittskarte, weil ich morgen zu einem Konzert gehen werde. Heute fahre ich in den Wald. Morgen werde ich mein Auto waschen. Heute fahre ich in den Wald. Morgen werde ich mein Auto waschen. Heute kaufe ich einen Regenschirm. Morgen wird es regnen. Heute kaufe ich einen Regenschirm. Morgen wird es regnen. Heute arbeite ich. Morgen werde ich Golf spielen. Heute regnet es, aber morgen wird es sonnig sein. Heute ist es wolkig, aber morgen wird es heiß sein. Heute schneit es, aber morgen wird es regnen. Heute schneit es, aber morgen wird es regnen. Wie ist das Wetter? Es regnet. Wie ist das Wetter? Es ist sonnig. Wie ist das Wetter? Es schneit. Wie ist das Wetter? Es ist kalt und es schneit. Es ist kalt und es schneit. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Es ist heiß und sonnig. Es ist heiß und sonnig. Wird es morgen regnen? Wird es morgen regnen? Nein, morgen wird es sonnig sein. Wird es diese Woche schneien? Nein, diese Woche wird es nicht schneien. Er wird rennen. Sie wird lesen. Sie werden zu Abend essen. Ich werde Tennis spielen. Ich werde Tennis spielen. Wir werden schwimmen. Sie werden sich küssen. Sie wird zur Post gehen. Können wir morgen zum Strand gehen? Können wir morgen zum Strand gehen? Nein, das können wir nicht. Warum nicht? Heute ist es wolkig. Morgen wird es regnen. Wir können am Samstag gehen. Wann werden wir zu Mittag essen? Wir werden nach dem Schwimmen zu Mittag essen. Wann werden wir Fußball spielen? Wann werden wir Fußball spielen? Wir werden nach dem Essen Fußball spielen. Wir werden nach dem Essen Fußball spielen. Wir werden zu Abend essen. Sie werden Fußball spielen. Ich werde zu Mittag essen. Ich werde zu Mittag essen. Ich werde Fußball spielen. Ich werde Fußball spielen. Ich werde Fußball spielen. Ich werde Fußball spielen. Ich werde Fußball spielen.